Ja, guten Tag. Hallo, mein Name ist Michael Kaiser. Ich bin Buchautor und schreibe Romane und Kinderbücher, was eine schöne Ergänzung ist, weil ich mehr oder weniger das gesamte Altersspektrum abdecke damit. Ursprünglich habe ich mal Pharmazie studiert und ursprünglich habe ich einmal 13 Jahre in Konzernen gearbeitet und daher war auch das erste Buch, das ich veröffentlicht habe, im Hamsterrad. Eine Satire, in der es um Leben und Arbeiten in Großkonzernen geht. Es steht vorne drinnen, Ähnlichkeiten mit Firmen, in denen der Autor gearbeitet hat, sind zufällig. Ähnlichkeiten mit Firmen, in denen der Leser arbeitet, sind erwünscht. Das ist quasi mein Legal Disclaimer, damit ich keine Probleme bekomme. Ich habe eine Welt kreiert, die wie unsere funktioniert, nur dass sie von Hamstern bewohnt wird. In dieser Welt lebt und arbeitet Winston, Marketinghamster im mittleren Management. Und wir begleiten Winston durch eine Arbeitswoche. Eine Arbeitswoche, die wie für Konzerne üblich mit einer Umstrukturierung beginnt und in der Winston alles macht, was man ihm anschafft, nur nicht das, wofür er eigentlich bezahlt wird. Er verstrickt sich immer mehr in die Administration. Es ist alles dabei, was das Leben und Arbeiten in einem Großkonzern so unglaublich lebenswert macht, von der EDV-Hotline am anderen Ende der Welt bis hin zu Marketingprojekten, die durch konzerninterne Vorschriften bis zur Unendlichkeit filetiert werden, auf eine 195-seitige, komprimierte Satire. Es ist eigentlich Spaß über ein Thema, über das nicht viele lachen wollen oder nicht viele lachen können. Ich aber sage, wenn Sie darüber lachen können, dann brauchen es noch immer kein Psychologen. Das ist ein Thema.